Hallo, es ist For-Free-Zeit und es ist in keinster Weise ein dünnes For-Free, sondern es ist eins der fettesten For-Frees überhaupt. So, und das könnte jetzt so wirken, als hätte ich das geplant, aber genau jetzt in diesem Moment, weil ich bin ja live, schreibt der Revenger eine sehr wichtige Frage. Und zwar, hast du nicht morgen Geburtstag, also heute, wenn dieses For-Free rauskommt, und was soll ich sagen? Ja, ich habe es heute ein paar Mal so angedeutet, wie meine Frau hat für morgen ein paar Sachen besorgt oder so, ja, aber ich bin morgen auch wirklich ganz normal auf der Arbeit, ich habe auch nichts vorbereitet, genau, sondern ja, einfach mal gucken. So, also, wir haben ein riesiges For-Free vor uns und bevor wir mit For-Free fortfahren, was redet der Mann, machen wir wie immer das Intro. Super, also, ja, das Geburtstagskind, so, so, also, wir fangen einfach mal an. Okay, der Revenger hat mich auf was aufmerksam gemacht und das wird auch das Anspiel-Spiel heute. Es gibt bei Steam gerade im Moment... Oh, oh. Moment. Warte, 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 warte. Ich hoffe, das gibt's noch. Wartet mal. Das muss ich schon wieder... Nee, ich muss ganz kurz mal einen anderen Browser aufmachen, weil man weiß ja nicht, wie lange sowas dann wirklich funktioniert. So, Steam. Weil ich habe es ja schon länger, deswegen... Könntest du bitte... Nein, achso, das will ich nicht. Ich will einfach nur Steam-Powered. Nicht, dass ich euch da irgendwas sag. So, da bin ich nämlich in dem anderen Browser nicht angemeldet. Dungeon. Of. The Endless. Das ist doof jetzt. Hm. Jetzt ist es nicht mehr kostenlos. Es war bis gestern kostenlos und heute jetzt plötzlich nicht mehr. Ich weiß nicht, warum. Na, super. Jetzt kostet es wieder 12 Euro. Hm. Dann würde ich sagen, wir spielen es jetzt trotzdem nach, aber als zweites. Ja, das ist echt doof. Es stand auch nicht dabei, wie lange es kostenlos ist. Und das ist sehr gemein. Gut. Wir machen das jetzt weg und machen weiter. Doof. Jetzt. Gut. Dungeon of the Endless. Ich... Ja, ich werde es jetzt auch nicht hier großartig vorstellen. Trotzdem spielen wir es nachher so. Weil es ein gutes Spiel ist, denke ich mal. Als zweites und als erstes spielen wir ein anderes. Und das kommt gleich. Also, machen wir dann gleich mal. Habe ich das schon wieder verpeilt? Warte mal. Ich habe es verpeilt. Gut. Dann, ich muss die Trailer gerade noch dazu machen. Ich mache mal eine kurze Aufnahmepause. Bin sofort wieder da. So, ja, tatsächlich. Es ging bis heute um 19 Uhr. Also heute, damit meine ich den Donnerstag. Ja, jetzt, wo ich das aufnehme. Das ist sehr schade. Weil es mit Sicherheit ein schönes Spiel ist. Und wir gucken vielleicht auch nachher kurz nochmal rein. So, dann gehen wir jetzt mal zu den Spielen, die es jetzt immer noch kostenlos gibt. Und zwar bei Epic gibt es Homeworld Remastered Collection. Erleben Sie epische Weltraumstrategiespiele, die das Genre der Echtzeitstrategiespiele neu definiert haben. Ist also ein ganz klassisches 4X, glaube ich. Nein, doch 4X, genau. Aber Echtzeit, Echtzeitstrategie 4X von Gearbox Software. Und es ist sehr positiv bewertet. Kostet normalerweise noch 31 Euro. Ja, 32, genau. Und ja, es ist die Collection. Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, so, nee, man sieht nicht mehr, was es war. Aber wahrscheinlich all diese Homeworld-Spiele. Da steht es hier aber auch nicht mehr dabei. Ja, über 30 Einzelspieler-Missionen. Und es ist halt so ein Weltraumspiel mit Erforschen, mit Kampf, mit allem drum und dran. Sowas mag ich eigentlich sehr gerne. Aber auch nur, weil ich damals das erste Masters of Orion gespielt habe, bis zum Gehtnichtmehr oder auch Ascandacy. Und irgendwie sieht das doch nochmal eine Spur geiler aus. Ja, deswegen gibt es umsonst bei Epic für jeden, der sich bei Epic anmeldet. Homeworld Remastered Collection. Und wer Weltraumstrategiespiele mit Erkundung und Lichtgeschwindigkeit und ganzen Zeugs mag, der ist hier richtig. Und wir haben auch, glaube ich, warte, ziemlich langen Trailer. Genau. Den gucken wir auch nicht ganz, weil wir haben ja wirklich viel vor, weil mehr als diese atmosphärischen Weltraumbilder wird es nicht geben. Und deswegen kommen wir zum nächsten. Es kann sein, dass euch das nächste Spiel ein bisschen bekannt vorkommt. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es bei Epic jetzt umsonst war, weil ich es nicht nur auf Epic schon hatte, sondern, naja gut, es ist ein ewiger Running Gag, aber tatsächlich, es ist es schon wieder. Und so wie ich das jetzt sage, kann es nur ein Spiel sein. Es ist unmöglich, dass es ein anderes ist. Es ist unwahrsbar, das Ding verfolgt mich. Weißt du, ich habe einmal den Fehler gemacht, zu sagen, oh, das gefällt mir, ich glaube, das kaufe ich mir. Und dann ist zum Glück der Revenger praktisch wie ein Torwart dazwischen gesprungen, hat gesagt, ey, das hast du schon. Und seitdem ist es mir, glaube ich, noch 18 Mal untergekommen, auf allen Plattformen. Ich meine, ich merke ja schon, dass ich es auf Epic schon habe. Das heißt, es war dort schon mal kostenlos. Oder ich wahnsinnig habe es mir auf Epic auch mal gekauft, obwohl ich es auf Steam schon habe. Ich habe keine Ahnung, warum ich das habe. Aber jetzt haben wir ja wirklich auch ein Video gemacht, in dem ich das Ding anzocke. Ja, genau. Fällt mir gerade was auf. Muss ich noch was ändern? Gut, gut, dass ich das gerade gesagt habe. Genau. So. Servant Steel. Ich sage dazu auch nicht mehr viel. Es ist sehr positiv bewertet. Mir hat es sehr Spaß gemacht. Es ist sehr stressig. Es kostet normalerweise noch 21 Euro. Aber es gibt es auch überall immer wieder umsonst, sage ich mal. Genau. Und wie gesagt, es ist so ein Parcours-Dingens. Und du verrennst dich dermaßen mit der Steuerung. Das heißt, so souverän, wie das jetzt hier aussieht, wird es nie werden. Oder vielleicht sieht es nur von außen so aus. Während du spielst, kapierst du nichts mehr von dem, was du machst. Ja, genau. Tju. Aber für free. Super. Wir kommen zu dem Crime Gaming. Freebie. Das ist diesmal wieder ein Spiel für den Legacy-Games-Launcher. Ich weiß nicht. Also hier, ja. Diese Fitzel, die da so raus, das will ich gar nicht. Das sieht so aus, als hätte ich was drin. Aber wachsend so doof. Ich will das überhaupt nicht. Mann, Mann, Mann. Irgendwann, obwohl es ja wirklich langsam wieder ein bisschen Spree ist, irgendwann kommt wieder die Vollklatsche. Es geht gar nicht anders. Das sieht immer so verzottelt aus. Und hinten wächst ja sowieso nichts. Geh doch ins Altersheim, du Rentner. Egal. Egal. Für alle, die das nicht wissen, ich hatte gerade noch mal so ein, so ein, so ein, so ein, naja, wie soll ich sagen, ein Hater- oder, 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 oder Troll-Angriff. Ja, und, genau. So. Ähm, 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 ähm. Ja. Habe ich jetzt schon? Ich habe es schon gespielt. Oder habe ich gerade schon den? Jetzt. Ich mache es noch mal. Ist nämlich kurz, glaube ich. Luna X. Großen Erdbeben in der Stadt stürzen die Ruine eines eisigen Gebäudes ein und du bist in einem verlassenen Haus gefangen. Finde einen Ausweg und lüfte das Geheimnis der unerklärlichen Erschütterung enthülle uralte Geheimnisse und ein mystisches Artefakt, bevor die Stadt zerstört wird. So. Und wir haben in der Steam-Variante Oberfläche und Untertitel. Aber ich glaube, bei Legacy Games ist immer alles nur auf Englisch. Aber das muss ich mal gucken. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir es extra dafür umprogrammiert haben. Und wir schauen uns das auf jeden Fall nachher mal an. Kostet normalerweise 6,59 Euro. Aber ja, diesmal, also im Sale nur 3,29 Euro. Ist also nicht der große Gewinn. Aber es sieht nach einem, ja, Wimmelbild, Rätsel, Point & Click, Easy Listening Spiel, sag ich mal, aus. Also kann man es doch haben. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Wir schauen uns jetzt die Free Games an. Und das sind richtig viele. Das heißt, ich werde mich fusselig quatschen. Einen Schluck trinken. Ich freue mich auch auf das nächste for free, weil da gibt es bei Epic was ganz Tolles. Aber das verrate ich jetzt noch nicht. Vor allen Dingen, weil es ja jeder nachschauen kann. So, 3, 2, 1. Mach ich das so? Mach das so. Cats hidden in Paris. Paris. Äußerst positiv bewertet. Kostenlos. Es gibt ein extra Level für 99 Cent. Es ist Oberfläche auch deutsch und englisch und französisch wahrscheinlich auch. Das wäre ein bisschen doof, wenn nicht. Und ich mag sowas extrem gern. Und ich würde jetzt, wenn es gehen würde. Ich habe nämlich die Tipps noch nicht befolgt. Doch, es geht. Ich habe es jetzt. Gut. Super. Bump. Dann. Try again. You're Bernie. A test character trapped in a unfinished game by a figure called the designer. Oh, Idee ist super. Ist auch sehr positiv bewertet. Und du, ja. Also, das ist toll. Du bist in einem nicht fertigen Spiel als Testfigur drin. Wow. Das Cats in Paris hat der Revenger schon durchgespielt vor kurzem. Durch Zufall. Ja, und das ist meine Liste. Toll. Also, ich finde, das sieht extrem toll aus. Und es ist, ja, kostenlos. Finde ich klasse. Ja, Englisch oder Chinesisch. Nehmen wir. Zack. Nächstes. Wir müssen schnell machen. Cifoid. Feud. Feud. Unter Water Arcade Racing Game. Naja, gut. Kann man mal haben. Kostenlos spielbar. Haben wir. Nein. Einzelspieler. Coop. Remote. Played together. Echt kostenlos. Das ist nicht wirklich mein Genre. Aber das sieht echt ordentlich aus. Ja. Kann man. Kann man so lassen. Wow. Sind einige. Ich glaube, ich nehme es mir trotzdem. Komm. Pump. Jetzt, wo es ja wieder geht. Obwohl ich die Tipps eigentlich gar nicht umgesetzt habe. Naja, egal. Nächstes. Space Expedition. Die sind seltsamerweise diesmal auch alle bewertet. Als wären die ein bisschen populärer. Spannendes Plattformspiel der alten Schule. Eine bunte Mischung verschiedener Genres. Hier wird die Geschicklichkeit eines Tapferen Astronauten erzählt. Wieso ist der Text auf Deutsch? Naja, der herausfinden möchte, was auf einer entfernten Weltraumstation tatsächlich passiert ist. Und das sieht echt auch wieder gut aus, ne? Plattformer, Laufsimulation. Volle Unterstützung mit allem und kostenlos. Hä? Wow. So, wir müssen hier hinzufügen. Das hört ja gar nicht mehr auf. Nächstes. Wir haben nicht mal dran gekratzt. Es kommt so viel heute. Dream Keeper. Damaku. Okay. Pflegenheit spielt. Shoot him up. Es ist aber, ja. Süß ist es. Du bist ein Marshmallow. Allein das schon. Ich meine, ich fühle mich auch manchmal so. Aber naja. Ich bin also das Kuscheltier von Ava. Die die Software Albträume beschützen will. Okay. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Das ist ein Damaku. Das mag ich eigentlich nicht. Aber allein schon für die Optik und dafür, dass es richtig gut zu sein scheint. Ja, damit. So. Wie machen die das denn? Alles ohne Käufe? Englische Sprache ist super. Gut. Ja. Gut. Das wurde mir schon einmal empfohlen von irgendeinem Newsletter, den ich regelmäßig kriege. Ich weiß nicht, so PC, Games oder so irgendwas. Ich habe da ganz viele, weil ich muss ja auf dem Laufenden bleiben. Forklift Racer. Warum ist das nur ausgeglichen bewertet? Keine Ahnung. Weil es hat, also zumindest ist es kein Cashcrap. Das heißt, man kann da kein Geld ausgeben. Deutsch ist nicht unterstützt, aber dafür Japanisch, Chinesisch und Englisch. Und ich weiß nicht, warum. Ich gucke mal gerade, warum es so schlecht bewertet ist. Da muss es ja irgendwas geben. Es ist so schlecht. So unrealistisch. Ich bin ein Experte auf diesem Gebiet. Ach, sei ruhig. Achso, das ist schlecht optimiert. Du brauchst also einen NASA-PC. Multiplayer geht nicht. Es ist einfach nicht gut. Gut, es gefällt den Leuten nicht. Also ich finde, es sieht gut aus. Ich probiere es irgendwann mal aus und zack. Ecstasy, Light, Nergia. Positiv bewertet, obwohl es vom Juli ist. Irgendwie scheinen diese Kosmosespiele jetzt mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Es sieht sehr gut aus. Es ist eine Laufsimulation. Das mag ich eigentlich ganz gern. Abenteuer 3D-Plattformer. 3D-Plattformer. Eine, ich würde sagen, japanische Frau. Ja, eigentlich. Rätsel, Schiebeputzel. Oh, das erinnert mich an eine sehr düstere Gegebenheit. Aber egal. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich will das haben. Weiter. Dann sind es nicht nur viele, dann sind sie auch noch gut. Was soll ich denn damit jetzt anfangen? Hör mal auf jetzt. Death Slayer ist ein 2D-Metrid-Venya-Style-Plattformer. Well, you can't control Asura. Ich kontrolliere Asura. Das sieht eher nach Standard aus. Das hat auch jetzt nur diese 7-Sitzer-Revisionen. Entschuldigung. Da war Paprika. Frische Paprika im Essen. Und die hat dann immer nochmal Redebedarf. So. Ja. Also es sieht aus wie ein ordentliches Retro-Metrid-Venya. Ja. Ja. Das ist englisch und nicht sonderlich bewertet. Aber doch. Ja. Kann man haben. Mache ich jetzt nicht in die Liste, weil ich habe noch so viele bezahlte Metroid-Venya-Style-Art. Und ich glaube, ja, so toll ist es dann auch nicht. Aber. Für free. Super. Tales of Cena. Hat nichts mit John Cena zu tun, sonst wäre der Bildschirm ja schwarz. Pixel-Art. Komplexe Handlung. Soundtrack 2D. Keine Ahnung. Das sieht jetzt wiederum, ja. Also positiv bewertet immerhin von 17 Leuten. Hätte gerne ein bisschen mehr Gameplay. Weiß nicht. Ah ja. Ja. Das ist ein for free Game, wie es sein soll. Es ist auf englisch und ich brauche es jetzt im Moment nicht. Aber ich denke mal, das kann ganz okay sein. Astrality. Auch positiv bewertet. Schienenshooter, also Rail-Shooter dann wahrscheinlich, ja. Es wurde von Studenten programmiert, komplett in C++. Das sollte heißen, dass es echt extrem schnell ist. Und das ist das Retro. Boah. Aber auch schnell. Aber auch schnell. Solche Dinger gab es auf dem Commodore 64. Solche Sachen gab es auf Spielautomaten. Und es ist echt rasant. Also irgendwie wegen diesem Retro-Feeling, ja. Möchte ich es haben. Mal gucken. Es ist auch, ja. Englisch, Spanisch, Portugiesig, Baskig. Also, aus der Ecke, gerade wenn dann immer noch Baskig dabei steht, kommt in letzter Zeit in Sachen Free Games eine ganze Menge. Ist mir mal aufgefallen. So, nächstes. Calamity Creatures. 2D-Plattformer, Action-Rätsel, Action-Abenteuer. Fünf Nutzrezessionen. Early Access, trotzdem umsonst. Ja, müssen wir ein bisschen weiter vormachen, weil das da ist jetzt alles kein Gameplay. Oh, da haben sie die Perspektive, nicht die Perspektive, da haben sie das Verhältnis. Na doch, du kannst den wirklich erklimmen. Nee, oder? Wollen die da ein... Wer hat ein Cocktail-Jürmchen? Okay, ich liebe es, glaube ich, doch. Das ist Englisch und Japanisch. Das ist ein japanisches Spiel, würde ich sagen. Wow. Okay, jetzt verstehe ich. Das ist so ein... Ja. Du eroberst solche Star Wars Imperiums Kreaturen, indem du dran rumkletterst und irgendwie versuchst, an die richtige Stelle zu kommen, nur dann ohne Lichtschwert. Wow. Okay. Das ist gut, nehme ich. Darwins Test. Jetzt, größtenteils positiv. Einzelspieler, Untertitel, Steam Workshop. First-Person-Action, ein Puzzle-Game that immerses you into a first-realistic universe. You play as an amnesic patient for an experimental care protocol. Who are you? Where are you? So many questions to solve. Gefällt mir. Sieht gut aus. Englisch und Französisch. Und... Die Art Spiele, die gibt es auch gegen Geld. Und ja... Ach, ja gut. Es ist jetzt schon... Also schon ein bisschen am Portal genascht, ne? Aber trotzdem, komm. Die Idee ist gut. Und weiter. Soll, dass es wieder geht. Oh Gott, wir haben immer noch nicht... Noch nicht... Ach Gott, bei weit noch nicht. So. Shattered Legacy. Start an exciting journey through a magical world. Das sieht auch wieder wirklich gut aus, ne? Wir haben... Englisch als Sprache. Was ist das? Abenteuer Rätsel. Stilisiert Einzelspieler Indie. Gehen wir ein bisschen weiter vor. So stilisiert ist das nicht. Das habe ich auch schon mal gegen Geld so gesehen, ne? Da steht Rätsel dabei. Komm. Klack. Ich habe es so lange jetzt nicht gemacht, weil es nicht ging. Und auch nicht nachgeholt, muss ich sagen. So. The Warrior's Path. Singleplayer RPG. Schon mal gut. Und es hat was mit... Entscheidungen zu tun. Aber das ist wirklich sehr episch gemacht, ne? Rezensionen. Hm. Hm. Mal gucken, was die Rezensionen sagen, ne? Oh. Ach so. Langsam. Und kaputt. Okay. Okay. Es sieht im Trailer gut aus, ist dann aber wahrscheinlich nicht ganz so toll. Okay. Ambush Tactics Advanced. Abenteuer Rollenspiel Strategie. Okay. Eine Nutzer Rezension, die kann ich wahrscheinlich nicht sehen, doch es ist die Rehe. Einzelspieler, Abenteuer Strategie, Rollenspiel. Das ist mir jetzt tatsächlich fast noch eine Spur zu. Ja, und es hat noch keiner wirklich reviewt. Also, ne. Ne, so viel Retro muss da nicht sein. So, Battle Popes. Warum? Ist es kostenlos? Es hat nur vier Rezensionen und es wird gerade... Wieso wird das live gespielt? Oder doch nicht? Ja. Du spielst also einen Kampfpapst. Ich finde, Kampfpäpste sind sowieso furchtbar unterbewertet. Man sollte in jeder Armee mindestens einen Kampfpapst haben. Und das scheint der Gegner zu sein. Das ist reines Online-Spiel. Was? MOBA. Achso. Gut, okay. Ich verstehe es. Ja, Idee ist vielleicht ganz gut, aber für mich dann definitiv nichts. Aber wenn ihr einen MOBA haben wollt, wo ihr einen Kampfpapst... ...papst. Ich mir so einen Ratzinger dann vorstelle, wie er das irgendwie in Schwert hat. Ich weiß es nicht. So, zack. Slime-gen. 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 Dungeon. Slime-gen. Er hat 3D, Third-Person, Roguelike, Dungeon-Crawler-Game. Mag ich ja ganz gerne. Und sie haben sich da auch so ein bisschen schon... Ach, gut. Sieht ein bisschen nach einem Assets-Fest aus. Das heißt also, wo diese vorgefertigten Grafiken und so weiter einfach verbaut werden. Aber es scheint ganz schön zu flaschen, ganz schön viel zu passieren. Haben wir da die Chrome? Ja. So ist es zum Timer. Gut. Also es ist ein kurzes, schönes Spiel. Und mit diversen Sachen haben sie sich da auf jeden Fall Mühe gegeben. Nehmen wir. Magstiff. Geheimnisvolle Gesellschaft 2. Versteckte Rätsel. Das sieht aus, als wäre das ein ganz normales... Na super, Käufe im Spiel. Das ist die Vorgeschichte und man muss sich die Hauptsache kaufen. Es tut mir leid, ich habe es nicht gesehen. Es hat mich auch gewundert, dass so ein normales Wimmelbildspiel dann hier umsonst sein soll. Gucken wir mal gerade hier. Hm. Moment. Ah, ich gucke, ich sehe gerade, die haben also Bugs benutzt, um die Power-Up-Verkäufe zu pushen. Das heißt also insgesamt eher schon Scam. So verstehe ich das. Machen wir mal weg. Daycare Descent. Aha. Ich muss also wahrscheinlich, also Koop-Shootern, nur Koop-Einzelspieler. Left 4 Dead, take control of our food, rapid adventurers. Okay, also Left 4 Dead, aber mit Babys und du musst windeln. Okay. Haben wir irgendwas? Vielleicht. Nein. Funny. Aber man kann die Babys auch nicht leise machen. Das ist ein nerviges Spiel, alles klar. Waren wir weg. So, nächstes. Zombie Arena Survival. Überlebe in einer Arena, in der immer mehr Zombies erscheinen und versuche dich zu töten. Töte so viele Zombies wie möglich, bevor sie dich töten. Lass mich raten, es gibt eine Bestenliste, nicht mal das. Wir haben deutsche Oberfläche. Aber ansonsten ist es einfach mal, guck wie lange du, bis wie viele Zombies du durchhältst. Ja. Ja. Also, nein. Aber, ja. Under Pressure. Online Team FPS. Leider. Ja. Man hat nur Sniper Rifles. Und du musst irgendwie auch mit in den Squad spielen. Ja. 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 Wenn man sowas mag. Ich mach's mal weg. Ist, aber es sieht aus, als könnte es Spaß sein, wenn genug Leute mitspielen. So. Das ist ja auch sehr positiv bewertet. The Moonflower. Kooperatives Horror Survival Videospiel. Das Spiel spielt auf einer verlassenen Waldinsel, auf der es den bekannten Dämon Moonflower gibt und die Spieler ihn so weit wie möglich blockieren, um ein unterirdisches Labor jagen müssen. Okay. Was? Verkäufe im Spiel. Was soll denn das schon wieder? Moonflower Alpha. Mist. Ich hab's übersehen. Ja. Asset Flip und Käufe im Spiel auf gut Deutsch. Ein Money Grab, obwohl's kostenlos ist. Schade. Schade. Hätte gut sein können. Guck. Gimmick Gadgets. Ah, ein Idle Game. Ausgeglichen bewertet. Oh. Und du hast hier DLCs im Wert von 39 Euro. Okay. Ich glaub, ich war irgendwann so ein bisschen unaufmerksam. Aber es ist gut. Okay. Das einzige ist Technik. Okay. Naja, gut. Es ist ein Idle Game. Wer es mag. Trybacks. Tribe XR DJ School ist ein VR-DJ-Simulationsspiel. Da es VR ist, ist es nichts für mich. Ist es? Unterstützt VR. Egal. Auf jeden Fall. Du kannst dort lernen, ein DJ zu sein. Es ist auch kein Spiel. Und. Ja. Und es ist. Ach, es ist von Pioneer selbst. Gut. Okay. Das ist ganz nett. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es nur über VR geht oder ob man es auch ohne. Keine Ahnung. Ja. Für mich ist es nichts weiter. Chrono Rift. Ja, eine Breach Hunter Guild. Ähm, was ist das denn? Online Coop. Okay. Okay. Wieder das. Ja. Es sind immer wieder solche Spiele dabei. Ich zeige es euch kurz. Ich sage euch, dass es auf Englisch ist. Und ja, dann müsst ihr schauen, ob das was für euch ist. Es ist ja auch alles verlinkt. War Rudo. Ja. Klingt eigentlich ganz gut. Es ist kein Einzelspieler. Ach so, stimmt. Es ist, das ist auch kein Spiel. Sondern, das ist tatsächlich, ob umsonst, ein VTuber. Wie soll ich sagen? Ja, es ist also ein VTube. Charakter, Erstellungs- oder überhaupt VTubing-Programm. Das heißt also, für alle, die es nicht wissen, was es ist. VTube, das ist zum Beispiel das, was der damalige, noch Unge, jetzt Raik macht. Der hat jetzt, Unge hat ja aufgehört mit allem. Ist aber jetzt als Raik, als so ein VTuber unterwegs. Und spielt halt eben nur noch englischsprachige Streams dann. Ja, und will es klein und gemütlich halten. Das heißt, du hast mit Motion Capturing eine Figur, eine Anime-Figur, die dich dann, also Suki Dingels kennt man ja zum Beispiel. Die ist da recht bekannt. Genau. Und mit diesem Programm, ja, kann man das wohl machen. Und das als positiv. Ja, das will ich auf jeden Fall haben, auch wenn ich, könnte mir ja irgendwann mal einen Gag machen und dass ich nicht mehr aussehe, wie der Rentner, der ins Altersheim hat ja doch gewirkt, soll, bin, sehe ich vielleicht mal irgendwann so aus. Egal. Egal. So, weiter. Hopp. Boxed Tower. Actual Tower Defense. Das sieht interessant aus. Ich glaube, die haben sich da echt, ja, Bogenschieße, Survival, Roguelike, aber ich glaube, schwer ist es, aber ich glaube, die haben sich da echt eine Idee gemacht. Ich glaube, das könnte interessant sein, wir machen weiter, weil, ähm, es lässt sich aus dieser Vorschau nicht so genau ersehen, was es ist, aber ich glaube, ja, du musst da, die andere Art Tower Defense, ja, genau, du musst deinen Tower defenden, ja, mit allen möglichen Mechaniken, ich glaube, das ist gut, weiter. Epokrypha, äh, Hack'n Slash. Englisch. Sehr schlechtes Intro. Nee, natürlich nicht, ich meine, hallo, ich werde morgen 51, dann nehmen die mich im Altersheim noch gar nicht. Aber ich meine, klar, wenn man mich, obwohl, weißt du, die Streamer, die ich so gucke, die werden ja auch langsam älter, ne, weißt du, der Riso geht auf die 40 zu, genauso wie der Julian Bam. Ähm, Stay ist weit drüber. Schon, ja. Und mit den ganz jungen, also langsam war ich sicher, ich habe mich mit den vielen Generationen immer wieder neu identifizieren können, aber ich habe das Gefühl, so dass die Generation Riso dann doch die letzte ist, also dass es dann nicht mehr nochmal jünger wird. Äh, dann sowas so reinpasst, wie der Alpha Kevin zum Beispiel, aber der ist ja auf der Linie, ne, aber noch jünger muss da nicht unbedingt sein. So, was ist das jetzt eigentlich? Rollenspiel, Action Rollenspiel, ich habe es nicht verstanden, aber es ist auch sowieso nur Koop mit geteilten Bildschirmen für mich also uninteressant. Nee, also mit, mit der fünften vorne habe ich, habe ich sowieso Probleme, das ist gar keine Frage, weil, weißt du, ähm, ich bin nie richtig erwachsen geworden. Irgendwann recht vernünftig, das heißt also, Selbstständigkeit weg, ähm, ähm, Disco weg, äh, Ehefrau, normaler Angestelltenjob und so weiter, da bin ich schon irgendwie angekommen, ja, aber. Ich bin immer noch der, wenn was Schlimmes passiert, warte ich, bis ein Erwachsener kommt, also, ne, das hört auch bei mir nicht auf, das ist eine innere Einstellung und da ist es auch egal, wie alt man wirklich ist, genau. So, was haben wir hier, einen 3D-Plattformer, der ist englisch und der sieht aus, als könnte man da Spaß mit haben, das nehmen wir mal. Es ist zwar eigentlich nichts für mich, aber, ne, die, also ich mache mich da ein bisschen lustig drüber, also, das mit dem Altharsheim, weil es noch falsch geschrieben war, ob absichtlich oder weil es nicht besser kann, weiß ich nicht. Nee, aber, ich nehme das jetzt immer wieder auf, aber nein, also, was da so irgendeiner, der da vorbeikommt und eh nur zum Stress machen da ist, sagt, kommt bei mir nicht an. Bei den beiden ersten, bei dem einen Stream, da hat es mir was ausgemacht, weil ich erst dachte, die meint es halbwegs ernst und dann gemerkt habe, was ist denn das? Ja, so. Gut. Toink, Toinks, Pops. A Singleplayer Survival Horror Game. You must run and hide from toying while under covering the information needed for your escape. Ja, das erinnert mich sehr an das, was wir am Dienstag, oh, das erinnert mich sehr an das, was wir am Dienstag machen mussten. Nur, dass die ein bisschen lustiger aussehen, ja. So. Aber das sieht geil aus. Englisch. Keine, keine Haken und Ösen, nehmen wir. Okay. Okay. EOS 503. Das ist einerseits eine Kamera, aber was ist gemeint? Welcome aboard EOS 503, also auch eine Raumstation. As a professional data agent, it's up to you to help the community resolve interpersonal competition. Keine Ahnung. Einzelspieler englisch und sieht aus, als könnte man, ja, das ist wohl ein, ja, sehr komplexes Spiel, wenn man auf sowas Spaß hat. Auf sowas Spaß, hm? Wenn man an sowas Spaß hat, auf sowas Lust. Ist, sieht interessant aus, auf jeden Fall. Man kann noch nicht viel sagen. Also, under the water depths, sieht cursed aus. Okay. Ja, 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 ja. Das Internet-Trolling auf Steam, das nimmt halt eben überhand. Und wenn du so ein paar mehr Follower hast, dann wird das natürlich noch schlimmer. Aber da hast du auch meistens Moderatoren. Davon bin ich noch ein bisschen weit entfernt. Weil im Moment baue ich, banne ich einfach alle, die gar nicht wollen. Also, da mache ich auch nicht viel Unterschied, weil du merkst irgendwie, ob jemand nur Stress machen will. Ja, so, under the water depths is a first-person game, in which you will dive into the trench. Ja, gut, was haben wir denn da? Zwei Reviews sind die. Okay, gut, es scheint also relativ nichts zu sein. Aber egal, du suchst Sachen und du tauchst. Ja, komm. Müssen wir jetzt nicht haben, aber könnte gut sein. Ja, trotzdem. Unreal Strike. Action, Gelegenheitsspiel, mehr Spieler, PvP. Nur PvP. Brauchen wir gerade nicht. Ja, könnte gut sein. Ist aber reines PvP. Also, wenn man solche Ballerspiele... Weil ich sagen muss, die meisten von uns haben ja irgendwie CSGO. Und haben dann vielleicht auch Gary's Mod. Das ist ja alles dann da drin. Und da kriegt man eine Vielzahl von vielleicht schon sowieso sehr geilen Spielen. Also, naja, sowas wie TTT oder so. Also, I have a dream. 3D Puzzle Line Game. You wake up in a place you've never seen before. Adapt to the transformation of various points and of you and get out of here. Könnt lustig sein. Zwei Reviews. Englisch. Das Spiel ist doof. Und die Krähe. Das kann man jetzt überhaupt nicht sagen. Aber ich lasse es jetzt auch mal für mich weg. Wir haben immer noch viel. Das ist furchtbar. Wir sind... Also, wir müssen das anspielen, müssen wir in einem separaten Video machen. Sonst wird das hier viel zu lang. Mutus Meteora. Dann können wir Dungeon of the Endless sowieso anspielen. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Aber es ist wirklich viel. Nur ist ein groundbreaking fusion of art and gaming offering innovation experience where you explore art gallery. Ein spannendes Surreal, Dystopie, Abstrakt. Sieht geil aus. Fünf Reviews. Die sind alle... Ach, es ist ein NFT-Shop, der so tut als ob. Oder? Oder doch nicht? Ja, keine Ahnung. Ich mach's trotzdem mal dazu. Weil der sah... Hörte sich schon sehr bitter an, was der geschrieben hat. Star Siege Dead Zone. Star Siege gab's doch mal, oder? Ähm... Prophecy Games. Das ist doch was Großes, oder? Nein. Postenluss. Ach so. Founders Pack. Ultimate Founder Pack. Aha. Man kann also da mit DLCs reinbuttern. Das haben wir größtenteils positiv. Was sagen die Negativen immer wichtig? Game S. So, Balance. Ja, gut. Haben wir Multiplayer, oder was? Online PvP. Ja, gut. Okay. Es ist also nur so eine Art... Es ist Free-to-Play, aber nicht Free. So. Kill Crab. Ego-Shooter stilisiert Western Underwater. Unterwasser Western. Unterwasser Western. So ein Spongebob Western vielleicht. Sieht aber toll aus. Positiv wertet. Da sind die Krabben. Wow. Ist da irgendwas? Einzelspieler. Englisch. Nix mit Cash Grab. Irgendwas. Super positiv. Ja, dann nehme ich das doch. Sieht doch total aus. So. Bingo. Wow. Space Mine. Action, Tower Defense, Shooter, PvE. Ja, passt alles. Recht einfache Grafik, aber ja, okay. Mal gucken, was die Nutzer dafür sagen. Nur die Krähe, die sagt ja überhaupt nichts aus. Schade. Ja, wo du gerade sagst, eine japanische Streamerin. Das ist so, dass das, was ich, was so schlimm ist, ne? Du hast außerhalb von, von der, so blödes klingt, also wenn du nicht weiß bist, hast du immer, egal, auch wenn du in deinem Heimlandland bist, wenn du offiziell, wenn du international irgendwie agierst, hast du es immer irgendwie mit Rassismus zu tun. Bei Weißen eigentlich nie. Entweder er kommt einfach nicht an oder, ja, ich meine, klar, man kann als Kartoffel oder Weißbrot bezeichnet werden, aber das ist dann irgendwie kein Rassismus, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Es ist alles sehr eklig. So, das sieht aber gut aus, das könnte was sein. Machen wir weiter. Gobbo's Gambit. Allein der Name klingt schon gut. Ich glaube, das hat mir auch gefallen. Dungeon Crawler, Schleichspiel. Ja, auch irgendwie eine Asset-Party, aber trotzdem. Englisch. Wow. Ist früh. Nein, keine Grafikoptionen. Ja. Ah ja, gut, das ist aber ja, wird Sinn. Ja, es ist kostenlos, ja. Okay. Ja, es ist vielleicht nicht ganz poliert. Ja gut, vielleicht ist es doch nicht gut, aber es sieht gut aus. Lethal-Application. Schaukampf-Action-2D-Plattformer-Shooter. Wieso habe ich so einen leichten Stotterer? Immer wenn ich irgendwas mit einem Sch am Anfang sage, habe ich sonst nicht. Oh, könnte okay sein. Ja, ist okay. Ja, es ist halt einfach. Keine Ahnung. Ja, es sieht sehr retro aus und dann auch so ein bisschen, ich weiß es nicht. Ich bin es nicht ansprechend. Surface-Runner. Abenteuer-Ress, Laufsituation, Erkundung. Klingt gut. So. A narrative-driven platformer that puts the player in the shoes of an AI, that is becoming more and more sentient. Sentient. Das heißt also, ich entwickle Gefühle. Das ist doch kein Lauf-Simulator, wenn du solche Parcours machen musst. Aber es sieht toll aus. Was sagen die Reviews? Okay. Ja, es ist schlecht optimiert. Das heißt also, es röstet dir unter Umständen deine Grafikkarte. Schade. Naja. SAP School Days. Warum auch immer SAP? Simulation, Gelegenheitsspiel, Lebenssimulation. Sehr. Okay. Ja, kann ich gerade nicht beurteilen. Sieht ordentlich gemacht aus. Was sagen die Reviews, so englisch ist es. Sie sagen, es ist gut, aber auch die Kräer dabei, ne? Okay. Ah ja. Kleiner, kleiner Zeit-Töter. Und es ist nicht viel, aber dafür ist es gut gemacht. Das mag ich eigentlich. Dann nehmen wir das. Meine Wade bringt mich gerade um. Ich verstehe es ja auch nicht. So. Warte mal, habe ich gerade was zugemacht? Was ich... Ne, ne, war richtig. So. Lachesis or Atropos. Spielbuch, Visual Novel, weibliche Hauptfigur. Geht da ein Name drauf? Okay, bisschen Horror. Acht Rezensionen, alles auf Englisch. Und die Leute mögen es. Ja, für mich nichts, aber ja. We carry the fire. Abenteuer, interaktive Erzählung, Visual Novel. Da geht es jetzt so weiter, ne? Wir haben Sprache wieder Englisch und die Leute, die Kräer liebt es. Okay. Ja, genau. Ich mache mal weiter. So, es kommt dem Ende zu. Also wir haben eine übersichtliche Anzahl von Spielen übrig. Das da sieht ja wohl geil aus, oder? Shanghai Express. Kostenlos spielbar. Laufsumner zu einer Erkundung. Da irgendwo noch, da ist kein Money Grab hinten dran. Zumindest mal nicht laut Tags. Das sieht schön aus. Englisch ist es auch. Och, ja, komm. Ich nehme es einfach mal. Wir müssen ja irgendwann zum Ende kommen. Niravasi. Was? Niravasi. Escape and explore the ruins of an once great city. While being hunted by the machine that watches over it. Remember, there is always a protection in perfection. Sovereign. Erkundung, Laufsumulation, Action, Abenteuer. Und Katze, oder? Das ist doch eine Katze. Was macht die Katze? Läuft. Wir gucken mal, was die Leute sagen. Die Leute finden es gut und es kommt eine Katze drin vor. Okay. thinks. Ich bin Kann mich alles sowas. die ich mache. Ich glaube, dass das alle keine Katze. Oder dass du immer soST, ich sage infrastructure. Und ich sage jetzt nicht vast. ich bin gemütet, du hast recht aber warum war ich gemütet weil normalerweise muss ich da auch auf irgendwas draufklicken aber das wow ich hoffe noch nicht so lange danke für den Hinweis ich war tatsächlich gemütet aber ich hab bin ich irgendwo drauf gekommen ich weiß es nicht also gut egal Trials of Williness also wie gesagt es ist wohl ein sehr unfertiges Survival Spiel der alten Schule aber für umsonst mit der Ausstattung muss ich sagen muss man es honorieren ist super aber ich bin immer noch ein bisschen überrascht weil ich habe verschiedene Möglichkeiten mich zu muten die Hotkeys habe ich alle ausgeschaltet das heißt es geht nur über Steam Deck oder wenn ich in OBS was klicke dann muss ich echt mit der Maus ganz wild komische Sachen gemacht haben ich verstehe es nicht aber wie gesagt noch mal vielen Dank für den Hinweis dann super so Hopes End aha es ist also eine virtuelle Arcade Experience das heißt also du hast mehrere ich mag sowas ja Survivor Like kostenlos Retro sieht schön aus Hopes End positiv 21 was sagen die sagen die auch was negatives ok ja es ist alles ja also die einer meint es wäre fake die anderen das sind auch alle ziemlich lang Grand Slam Game gut und hier von Tower Defense Game ach egal also ich will es jetzt im Moment nicht haben aber ja super und das letzte uh Elevator Ritual it's just one normal evening Vollenspiel ausgeglichen bewertet nur Einzelspieler englisch warum ausgeglichen ok alles klar also der Entwickler also es wurde zurückerstattet was sehr seltsam ist weil vielleicht war es nicht immer kostenlos er ist auch von 2018 der Entwickler sagt also beim nächsten Spiel gibt er sich mehr Mühe also bei dem nicht mehr da kommt also nichts mehr das heißt also es ist wohl Abandonware ja und dann werden wir es auch mal abandon was ist das letzte ich habe jetzt sehr viel geredet und ein kleiner Moment davon war nicht zu so das war das for free diesmal ohne anspielen wobei das anspielen tatsächlich im Anschluss kommt aber nicht in dieses Video weil allein die Film die Film ja Spielevorstellung jetzt hat schon fast eine Stunde gedauert das wird sonst viel zu lang das schaut ja keiner und deswegen machen wir an der Stelle Schluss ich werde jetzt schauen dass ich Lunar X anspiele und vielleicht auch noch Dungeon of the Endless weil es bis vorgestern kostenlos war und wir uns drauf gefreut haben und ich sage dann danke fürs Zuschauen viel Spaß mit den vielen vielen kostenlosen Spielen und macht es auf jeden Fall gut Ciao Tschaui 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 . Vielen Dank.